Wir hatten gerade eben den ersten und den vierten Gegner am Dörr in der zweiten Halbfinale und jetzt der zweite und der dritte, das wird immer enger. Der zweite Mal neuer ist Richard Sondlon, der Einzelmann aus Finnland hier im Klapperfeld. Wir sind am liebsten der Pflegekabin seit über 30 Jahren. Zweiter Qualifier mit einer 67, 679 auf 329 Sachen.